Stopp! So nicht! Wir wollen alle gesund nach Hause kommen. Deswegen beachten wir folgende Punkte. Schutzbekleidung vollständig und korrekt anziehen. Stolperfallen vermeiden. Sicherheitsgurt anlegen. Sondersignalanlage frühzeitig einschalten und trotzdem vorsichtig aus der Fahrzeughalle fahren. Ankommen statt umkommen. Wir fahren rücksichtsvoll und angepasst. Bedienung vom Funkgerät wenn möglich durch den Beifahrer. So hat der Fahrer beide Hände am Linkrad. Bei Rückwärtsfahrten immer einen Sicherungsposten benennen. Kommt alle gut und sicher wieder nach Hause. So. 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 So.